Hallo meine Freunde, ich bin mit meinem Freund Dieter Wiedmann. Für die nächste Minute schrie ich meinen Freund, ich habe ihn provoziert. Ich habe gesagt, er kann nicht kochen. Ich koche seit ich 8 bin. Und ich kann kochen. Heute werde ich es ihm beweisen. Bis so weit. Richtig scheiße, er kann richtig kochen. Der Beste kochen. Ich habe dir gesagt, ich kann kochen. Habe ich gesagt. Leute, danke schön. Bleibt hier fleißig und motiviert. Das Leben ist zu kurz. Gib dein Bestes. Leute, und für das nächste Video provoziere ich Klitschko. Ich habe gehört, dass er keinen Schrag spielen kann. Und ich bin bereit. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Ich bin bereit.